So, Freunde, was geht? Willkommen zu Stardew Valley, meine Damen... Lol. Äh, was geht? Äh, ja. Weiter geht's. Ähm, wir werden diesen Part, ich weiß nicht, ob wir einen kürzeren Part oder einen längeren Part machen. Mal gucken, aber auf jeden Fall willkommen zu Stardew Valley. Ähm, ich weiß schon gar nicht mehr, wann der letzte Part kam. Ich glaub auch schon vier Tage, drei Tage her. Und ja, jetzt kann ich wieder einen machen. Ich konnte lange Zeit keinen Part bringen, ich weiß auch nicht, warum. Ehrlich gesagt, das ist mein Schlafrhythmus halt im Arsch und ich hatte generell viel, äh, ich hab einfach viel mit Kumpels gemacht, ja. Und eher gesagt so, also mit Real-Life-Kumpels gezockt. Sagen wir es mal so. Und deswegen, tut mir leid, ich hab's ein bisschen vernachlässigt. Ich geb' mich auch zu, ich war auch relativ, äh, also ich war auch relativ lang beschäftigt damit, ähm, Shellshock-Life, ähm, mich da zu leveln. Damit ich das, damit ich die letzte Mission schaffe, hab' ich zum Glück geschafft. Das heißt, ich hoffe, ich komm' allgemein jetzt mehr zum Aufnehmen, aber... Es ist ein bisschen schwierig. Ist immer so eine Sache, Jungs, weil, ähm, wegen meinem Schlafrhythmus zurzeit... Ja, ist halt ein bisschen schwierig. Ja. Ist halt echt kacke. So, wir merken jetzt einfach die Kühe und so weiter. Ich mach' einfach nur ein Part, weil ich einfach grad auch nicht gesprächig bin wirklich. Ich wollte jetzt einfach nur noch ein Part machen, bevor ich jetzt, äh... Bevor ich einfach gar nichts hab' da vorne wieder. Machen wir halt noch einen Part. Einen kurzen. Ist ja okay. Und ich bring' da... Ich hoffe, dass ich das dann, ähm, also, dass ich das aktiv bringe. Ich hoffe es wirklich, dass ich das auch aktiv aufnehme. Ist aber, wie gesagt, immer schwierig, weil, ähm, sofort, wenn ich aufstehe, geh' ich zu meinen Freunden ins Team-Speak und so und laber' mit denen. Weil die mich halt rufen. Da kann ich ja schlecht sagen, nee, ich nehm' jetzt Steady Valley auf. Ist ja blöd. Und, ja, ich war jetzt bis 24 Uhr jetzt, es ist 24 Uhr, äh, auf dem Team-Speak. Und konnte bis jetzt gar nichts machen. Ja. Ist halt das Problem. Aber, ja, wie gesagt, wenn ich Zeit hab', wird da schon was kommen. Wenn nicht, dann halt nicht. Dann müsst ihr auch damit rechnen. Ja. So, wir... Ja, unser Metall ist halt voll, das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. Ja, da... Okay, das ist auch dumm. Jetzt haben wir hier noch einen Trüffel, was eigentlich relativ geil ist. Würde ich gerne gleich mitnehmen. So, tun wir mal die Milch hier rein. Das mitnehmen. Zack, 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 zack. Zack, zack. So, äh... Wolle. Zack. Da haben wir ja sogar zwei Trüffel. Das ist sehr, sehr gut. Zack. So, wir haben ja noch einmal Hopfen eigentlich. Stimmt, wir haben noch einmal Hopfen. Ähm... Ihr wisst schon wo. In dem einen Farmhaus da drin. Wenn man es Farmhaus nennen kann. Ne, das ist Greenhouse. Genau, das heißt Greenhouse. Und da gibt's ja noch was. So, wir können ja an sich noch hier... Naja, das machen wir später. Oder irgendwann. Wenn ich Lust drauf hab. Die ganzen Bäume müssten wir auch mal hacken eigentlich. Weil das wär... Gut. Und ja, an sich, ähm... Jetzt ist das Problem, ich hab jetzt keine Mario Party Parts mehr im Voraus. Das heißt, ich müsste jetzt so langsam... Das Spiel auch mal aufnehmen. Ich hab's ja zum Glück da. Ich müsste ja die Sternrallye spielen noch. Also die Sternrallye kommt auf jeden Fall noch. Das, wie gesagt, das Projekt ist noch nicht beendet. Es ist erst beendet, wenn da auch wirklich Final Part steht. Als... Also in Klammern, ihr wisst schon. Und wenn ich es im letzten Part dann auch angekündigt hab. Dass es dann erstmal war mit dem Projekt. Aber... Wie gesagt... Ist es noch nicht. Da kommt noch die Sternrallye. Und ich glaub noch... Einige Modis, die alleine gehen. Ich weiß gar nicht mehr, welche Modis da alleine gingen nochmal. Irgendwelche Bonusspiele, glaub ich. Oder eher gesagt, ein Bonusspiel, glaub ich, ging noch alleine. Und noch ein Modi bei Minispielen. So, mehr kann ich hier auch nicht. Oder? Nö. Den Rest können wir reintun. Oder eher gesagt, auch in die Truhe erstmal. Und dann hier in die Truhe. Es gibt ja zwei Truhen. Und ja, hier tun wir erstmal das hier hin. Das hier tun wir hin. Das hier, das hier. Das hier. Wir haben schon drei Omnigords. Dann können wir das auch gleich öffnen lassen. So, zack, zack. Zack, zack, zack. So. Ach ja, wenn ihr euch immer noch fragt, worauf ich spare. Wir wollen nämlich, ähm... Zwei Millionen sparen. Damit man dieses Zepter der Wiederkehr oder so kaufen können. Versteht ihr? Oder wir sparen direkt gleich 10 Millionen oder so. Ich weiß nicht, ob ich das legit mache. Das mit den 10 Millionen, meine Damen und Herren. Wie gesagt, das überlege ich mir immer noch. Das überlege ich mir wirklich noch. Weil das ist halt echt... Das ist echt lang. Das dauert echt ewig. Und wisst... Ihr seht schon, wie lang das schon dauert, bis wir eine Million haben. Und das wird auch ewig dauern, bis wir halt... Die 10 Millionen... Das wird Ewigkeiten dauern, ja. Bis wir die 10 Millionen haben. Aber an sich wäre das auch irgendwie... Geil, wenn wir es auf jeden Fall legit machen. Dann hätte ich das auf jeden Fall legit gemacht. Und ich wäre auf jeden Fall darauf stolz eigentlich, dass wir es so lang durchgehalten haben. Mal gucken. Wie gesagt, das überlege ich mir noch. Erstens müssen wir eh noch zwei Sachen für eine Million... Eine Million und zwei Millionen holen. Das, worauf ich spare, ist ja für zwei Millionen. Das andere kostet eine Million. Und sobald wir die Dinger haben, dann überlege ich mir irgendwas. Vielleicht werden wir auch noch versuchen, das mit Journey of the Prairie King nochmal zu spielen. Um es zu schaffen. Zumindest versuchen wir das. Irgendwann. Fuck. Ich habe die jetzt nicht aufgesammelt, oder? Ne, habe ich nicht. Warum habe ich die nicht eingesammelt? Habe ich die auch gleich... Habe ich die gleich wieder reingetan, oder was? Ich glaube, ich habe die eingesammelt, aber wieder gleich wieder reingetan. Ja, okay. Das macht eigentlich Sinn. Na gut. Also, morgen müsste ich auf jeden Fall einfach straight einfach mal Party aufnehmen, ja. Müsste ich halt echt mal machen. Also, für euch ist das heute. Für mich ist das morgen. Wobei, es ist eigentlich auch heute, weil es ist ja schon 0 Uhr. Ja. Das müsste ich halt einfach mal machen heute. Ja. Würde ich auch sagen, gleich war es das mit dem Part, weil wir sind jetzt auch gleich zu Hause und... Ja. Machen dann auch nichts mehr. Ich belasse es jetzt einfach bei diesem kurzen Part. Im nächsten Part werdet ihr einfach mal wieder einen normalen Part bekommen. Hoffentlich. Hoffe ich zumindest. Aber wie gesagt, äh, kürzere Parts gibt es halt auch mal. Wie gesagt, ich habe auch nicht immer die Zeit oder Lust drauf, zwei Tage zu machen. Deswegen versteht das. Manchmal mache ich halt einfach nur einen Tag. Da bekommt ihr wenigstens... Wenigstens einen Tag. Ja, es ist besser als gar nichts, denke ich mal zumindest. Weil, wenn ich jedes Mal nur zwei Tage machen würde, dann würde ich selten aufnehmen. Dann würde ich zum Beispiel heute hätte ich dann erst gar nicht aufgenommen. Also, es ist schon besser manchmal. Und auch sorry für die Nicht-Unterhaltung vielleicht. Ich konnte jetzt auch nicht viel, äh, erzählen. Keine Witze oder irgendwas. Keine Ahnung. Mir fällt da jetzt spontan nicht immer was ein. So, sorry. So, wir tun also einfach alles hier rein. So, zack, zack, zack. Bla, bla. Blub, 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 blub. So, dann war's das mit, meine Damen und Herren. Mit der, die, äh, Leo. Yeah, meine Damen und Herren. Und, ja, morgen ist nix mehr mit der Welt. Auf jeden Fall. Äh, morgen ist nix mehr. Tschüss. Na, warte. Warte, warte, warte. Wir müssen da noch warten. Wieso habe ich nur 23.000 bekommen? Hm. Das ist ja echt relativ wenig. Also habe ich nur so wenig bekommen. Selbst im Frühling? So wenig? Na gut. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part hier wieder, meine Damen und Herren. Haut rein. Ciao. Bis im nächsten Part von Study Valley. Ciao. Ciao.